Willkommen zu deinem Daily Glückskeks. Wellness für die Seele. Ich bin immer total fasziniert, wenn ich mir eine Eichel angucke und mir vorstelle, dass in diesem kleinen Ding die Möglichkeit und das Potenzial zu einer riesengroßen Eiche steckt. Das ist doch eigentlich ein Wunder und auf eine Art auch unbegreiflich. Wie wäre es denn, wenn es bei dir genauso wäre? Wenn in dem, was du da im Spiegel siehst, das Potenzial und die Anlage für etwas ganz, ganz Großartiges steckt, das nur ein bisschen gegossen werden müsste und Sonnenlicht und Aufmerksamkeit braucht. Ich bin ja davon überzeugt, dass in jedem von uns viel, viel mehr steckt, als die meisten von uns jemals herausfinden oder sich auch zutrauen. Es ist ja allein schon ein Riesenunterschied, wenn du dich durch die Augen eines guten Freundes oder einer guten Freundin betrachtest. Schon aus dem Blickwinkel ist viel mehr da, als du in dir siehst. Und den Gedanken finde ich sehr interessant und auch wertvoll, sich ab und zu mal selber durch die Augen eines guten Freundes zu betrachten und zu versuchen wahrzunehmen, was er oder sie in dir sieht. Denn auch du kannst dein guter Freund oder deine gute Freundin sein. Dich lieben und respektieren und anerkennen für das, was du bist, was du kannst, was du tust, was du träumst, für alles, was dich ausmacht. Und dich dafür respektieren, dass du immer dein Bestes gibst und dass du schon einen weiten Weg gegangen bist in diesem Leben. Es ist immer gut, sich zwischendurch einfach mal an solche Dinge zu erinnern, denn wir gehen oft so durch das Leben mit Autopilot und einen Moment innezuhalten und sich daran zu erinnern, wer bin ich eigentlich und warum bin ich eigentlich hier und was möchte ich eigentlich, was wünsche ich mir für mein Leben. Diese Momente braucht es, um herauszufinden, wie du glücklich sein kannst. Ich sehe auf jeden Fall immer eine Eichel mit dem Potenzial und der Anlage und den Eigenschaften eines großen, mächtigen Baumes. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Deine Beatrice Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit.